Herzlich Willkommen in der Jules Rockin' Drum School. Natürlich mit mir, Jules Rockin'. Heute in der ersten Lektion zeige ich euch den einfachsten Grundschlag für Schlagzeug überhaupt. Macht mir einfach alles nach, es ist absolut kein Problem. Also, los geht's! Hierbei handelt es sich um einen Vierviertelgrundschlag. Der wird so gezählt. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 So, jetzt machen wir auf die 1 die Bass und auf die 3 die Snare. Das Ganze klingt dann so. 1, 2, 3, 4 Bass und Snare und Bass und Snare und Bass und Snare Jetzt kommt die Hi-Hat dazu. Die Hi-Hat kommt immer zwischen 4 und 1. Also, 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 5. Jetzt machen wir anstatt einem Bassschlag 2. Diese beiden spielen wir auf 3 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Jetzt machen wir noch bei 3 und eine Snare Variation und der Grundschlag ist damit fertig. Musik Yeah, damit könnt ihr euren ersten Grundschlag. In diesem Sinne, Servus und bis zum nächsten Mal.